Herzlich Willkommen zurück zu Suns of the Forest. Wir steigen direkt nahtlos ein, da wo wir aufgehört haben. Wir haben geschlafen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen was gegessen. Ein bisschen was geht noch natürlich. Und ähm... Wir bauen jetzt weiter in unserer Hütte. Fisch. Mmmmm. Was ist mit dem Kopf abbeißen? Lecker! Toll! Wir sehen, mit diesen Energierigeln haben wir auch ein bisschen mehr Energie. Das ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen mehr Ausdauer. Wohnenweinbar erstmal noch weiter in den Wald. Nichts nicht mehr ausdauernd. Ờh. Hi. Danke. damit kommen okay wohin was möchtest du mir zeigen wo schickst du mich denn ganz hin kann ich weiter bauen allein hallo spricht mit mir begonnen was ist da ein stein den stein gesehen hallo russola wo bist du jetzt runter du hast mir einen stock gebraucht das ist ja nicht dafür sind wir jetzt hierher gelaufen über den stock wenn es hier wieder irgendwelche komischen gestalten sind nämlich gefangen nehmen du lachst weg ja klar davon ist wieder was mir ich gucke mal wie ich richtig laufe was Was holst du dich denn aus, bitte? Alles klar bei dir? Ich verstehe einer den Kelpen. Ich verstehe einer den Kelpen. Was hell war das? Hast du das? Ach, da kommt ein Baum. Hey! Hast du in meinem Baum standen? Geht's aber nicht. Ich will jetzt grad keinen Stress anfangen hier, aber... Ja, super. Du kannst das vollkommen knicken. Geh weg! Geh weg! So, ich würde hier ganz gerne irgendwie einen Ein- und Ausgang haben. Nein, du nicht. So müsste es reichen. Es gibt ja meines Erachtens auch kein Tor in dem Spiel. Also müssen wir es irgendwie anders absichern. Ähm... ...wenn wir... ...hier Feuer hinmachen. Geh weg euch das davon ab, hier durchzukommen. Und jetzt den Leiden... ...hier, aber... ...hier, er... ...hier... ...hier. Wir werden hier ... Bin ich noch hier durch? Bin ich noch hier durch. Ich weiß, die sind hier überall. Hat sie auch erst mal noch in Ruhe. Kannst du erst mal so ein bisschen so eine Umzäunung haben. Seh dich da vorn. Gut. Ich bin für eiskalt meine Sachen klar. Das sind meine Stämme, meine Stöcker. Was machst du denn jetzt her? Oh Gott. Medizin, Medizin, Medizin. Und sperren. Ja, ich verbrenne jetzt seinen Kollegen. Kommt's da rüber? Oh Gott. Was ist er denn? Was ist er denn? Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das Spiel pausiert in der Zeit, wenn ich hier drin bin. in dem menü komm mal, komm her bist du tot? Bist du tot? Kann ich aufnehmen Du brennst Wir müssen mal Kurz hier Da spitzen auch mal Können die da rüberklettern? Können die da hin zumindest Entschuldigung Ich würde sagen, wir machen dann 90 Grad dann erstmal drüber Hallo? 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 Da ist eine große Rottau ó Wir haben hier immer eine Menge ausgehalten Einen guten Schaden hat er da hinten. Warte mal, hörst du mal auf, mal ein Mädel hier zu schlagen? Gibt's ja gut, ist ein bisschen besudelt. Gut, Kevin, äh, mach's doch mal anders. Ähm, Bauernfeuer, hol mir Stämme und Behälter füllen. Wer kürzt du die aus dem Wasser? Ja, in der Sinn? Wollte, glaub ich, noch was essen, vielleicht regelt sich da noch mein Leben besser. Fischi, fischi, fischi. Fischi, 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 fischi. Fischi, 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 fischi. Es regnet schon wieder. Fischi, 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 fischi. Vielleicht die Schiffe nehmen, dass die guten Schaden machen. Fischi, 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 fischi. Fischi, 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 fischi. Fischi, 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 fischi. Dann machen wir jetzt erst die Umzäunung fertig. In der Hoffnung, wir werden hier so leicht angegriffen. Fischi, 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 fischi. Wie in der Hoffnung, wir werden hier so leicht angegriffen. Wie in der Hoffnung, wir werden hier so leicht angeiyor, die fischi, 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 fischi. Diebreche sind Tropches Wichtekir拉 governor tilde idealierter. Wie ist die Hüationen? Was diu habe ich schon Reportsorticbe что nicht socially? Was sulla Vor geht? Vielen Dank. Das Wasser kommt glaube ich nicht so gut auf deinem Bikini. Das ist auch nicht die hellste Kerze hier. Nein. Nein. Okay. Da ist schon wieder so einer. Ach komm. Ja, mir nicht, Freundchen. Okay. ich spawne diesen spiel echt cool gemacht muss ich sagen auch natürlich noch verbesserung ich hoffe da kommt noch was schönes raus so ein tor würde dem spiel schon auf jeden fall guttun hier noch ein tor ok wenn ich jetzt was soll denn das ist das ok hier ziehen wir echt gut weg Okay. Ganz ehrlich? Wow. Schön. Da ist auch noch einer. Komm her. Da müsste doch hier noch gewesen sein. Der brennt. Cool. Gibt es nicht irgendwas, um die hier ein bisschen abzuschrecken? Nein. Ohne Schwäche. Hm. Nein, das mit dem Brenner Schein funktioniert. Also machen wir das hier nochmal genauso. Mehr Steine. Oh, Fisch. Da muss ich mir wieder nochmal angucken, ob man Feuerholz richtig machen kann. Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Steinehammer. So, der Maul jetzt noch spitz. Ja. Hey, wenn du auf dich selber abzufackeln. Ja. 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 Gibt das doch hier langsam mal. Halt auf. Oh. Hier ist ein bisschen Holz. Das holen wir noch schnell zusammen. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht es weiter. Dann werden wir wahrscheinlich diese Barrikaden einmal fertigstellen und dann können wir weiter planen, was wir hier noch dran bauen. Was man noch zur Sicherung bauen kann. Klar, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Tja. Ciao. Ciao, ciao! Vielen Dank.